Hallo Leute und herzlich willkommen zu Adopt-A-Me. Heute spielen wir wieder, aber wir haben ein Geschenk bekommen, aber das behalten wir lieber auf. So, jetzt gehen wir heute zu dem Crack-It-Laden und werden uns ein, zwei oder zwei Eier sogar kaufen. So, wir gehen jetzt hier mal raus, so. Wie ihr seht, habe ich schon 280, da muss ich noch auf dem Weg dahin sparen. Also werde ich wahrscheinlich nur ein Ei kaufen oder ich weiß jetzt nicht, ob ich schon eins gekauft hatte. Nein, die hatte keins gekauft, okay. Und ja, deswegen werden wir jetzt erstmal in die Mitte gehen, wieder ein paar Leute fragen, ob sie unseren Hotdog standen, ein paar Hotdogs kaufen können. Und dann können wir auch schon unsere Crack-It-Eggs holen oder eins eher gesagt. Leute, schreibt doch auch mal in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, wenn ich als Noob dann verkleidet bin und dann in die Mitte aus gehe. Dann schreibt doch mal in die Kommentare, dann kann ich das auch machen, wenn ihr das wollt. Und ja, wir werden jetzt nochmal ein bisschen warten, bis wir 350 Euro haben. Dann können wir uns nämlich ein Ei kaufen. Und ja, bis dahin sehen wir uns dann. Und ja, ich würde sagen, bis dahin. Tschüssi. Jetzt brauchen wir nochmal 20. Oh Mann, oh. Und Leute, was ich nochmal sagen wollte, ihr könnt selber, wie gesagt, entscheiden, ob ich mich beim nächsten Video als Noob verkleiden soll. Oder lieber nicht um meine Pets kümmern soll. Ja, ihr habt es jetzt nicht gesehen. Oder ob ich mich lieber um meine Pets kümmern soll. Ähm, ja, oder ob ich halt sozusagen mich um die Hunde kümmern soll. Und ja, also entweder als Noob oder ob ich mir jetzt, ob ich mich um die vier Hunde kümmere und dann einen Neonhund mache. Und dann mache ich dann, wenn ihr euch für die Hunde entscheidet, kann ich danach auch gerne noch ein Katzen-Video machen. Weil ich habe jetzt schon wieder vier Katzen. Dann kann ich jetzt, dann kann ich da auch eine Neon-Katzen wieder raus machen. Also schreibt es einfach mal in die Kommentare und wir sehen uns dann gleich wieder. Ne, Dobmi. So Leute, ich bin wieder drin. Sorry, wegen, dass mein Handy gerade ausgegangen ist. Aber, das, aber das ist kein Problem. Deswegen, wir können jetzt einfach weitermachen. Indem ich mir jetzt einfach, vielleicht kriege ich ja jetzt schon 20 Euro wieder. Und ja, dann können wir uns auch ein Pets holen. Also ein Cracket Egg und dann das Pet da rauskriegen. Und ja, ich freue mich schon ganz doll. So Leute, ich bin jetzt schon hier, aber leider muss ich noch warten, wie ihr seht. Ich habe nur noch, ich habe nur 300, also 332 und wir brauchen, wie gesagt, Ich kann nochmal gucken. Wir brauchen 350 und die haben wir gleich, deswegen müssen wir warten, bis wir wieder 20 Euro kriegen. Und ja, warten wir einfach mal bis dahin und wir sehen uns dann gleich. So Leute, wir haben jetzt die 350 und holen uns hier erst mal ein Ei. Ja, wir kaufen uns das. Und Leute, wenn ihr Teil 2 sehen wollt, wo mein Ei dann schlüpft, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns. Ciao. Ciao.